Ich bin heute Morgen aufgewacht, da quillte mich die folgende Frage. Welche Zahl ist eigentlich größer? 2 hoch 33 oder 3 hoch 22? Du kannst, wenn du möchtest, mal in Gedanken einen kleinen Guess abgeben und dann zeige ich dir, wie du das schnell und vor allem korrekt beantworten kannst. Welche Zahl ist größer? 2 hoch 33 oder 3 hoch 22? Zunächst einmal wenden wir, und das ist wichtig, das fünfte Potenzgesetz an. Das fünfte Potenzgesetz. Potenzen werden potenziert, indem die Basis beibehalten wird und die Exponenten miteinander multipliziert werden. Und hier wenden wir im Prinzip dieses Potenzgesetz rückwärts an. Also aus 2 hoch 33 machen wir 2 hoch 3 hoch 11. Denn 3 mal 11 ist ja 33. 2 hoch 33, also diese Potenz, ist nichts anderes als 2 hoch 3 hoch 11. Denn 3 mal 11 ist 33. So ein 2 hoch 3 kann ich auch schreiben als 8. 2 hoch 3 ist 8. Also ist 2 hoch 33 das gleiche wie 8 hoch 11. Das gleiche mache ich auch mit 3 hoch 22. Auch hier wende ich das fünfte Potenzgesetz rückwärts an. Ich bekomme dann 3 hoch 2 hoch 11. Denn 2 mal 11 ist 22. Potenzen werden potenziert, indem die Exponenten multipliziert werden. 2 mal 11 ist 22. 3 hoch 22 ist 3 hoch 2 hoch 11. Und aus 3 hoch 2 mache ich noch 9. Und jetzt vergleiche ich diese beiden Potenzen miteinander. 8 hoch 11 und 9 hoch 11. 8 hoch 11 ist safe kleiner als 9 hoch 11. Denn wir bekommen ja 8 mal 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 8. Und 9 mal 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 9. Jeder Faktor der zweiten Multiplikationsaufgabe ist ja größer als jeder Faktor der ersten Multiplikationsaufgabe. Oder anders gesagt, 9 hoch 11 ist auf jeden Fall mehr als 8 hoch 11. Und demzufolge ist 3 hoch 22 auch größer als 2 hoch 33. Antwort hier also, 3 hoch 22 ist größer als 2 hoch 33. Eins, was wir hier beherrschen müssen, ist das fünfte Potenzgesetz. Wann immer wir mit Potenzen operieren, sind die Potenzgesetze total wichtig, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Hier haben wir eben das fünfte Potenzgesetz angewendet und haben die Frage dann ziemlich leicht beantworten können. Wenn du sagst, Mathe, irgendwie da drückt der Schuh, ich möchte irgendwie besser darin werden. Ich weiß, im Internet gibt es wahnsinnig viel Content dazu und ich lade dich ein, mit mir zusammen besser zu werden. Hier habe ich dir weitere Videos verlinkt. Schau gern vorbei, dann werden wir gemeinsam, du und ich, besser in Mathe. Let's go! Wir sehen uns wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss! Dein Rick